Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Bildwitz Musikstunde. Heute spielen wir eine Polka, die hat in der linken Hand drei Akkorde, den C-Akkord, den F-Akkord und den G7 und wieder den C-Akkord. Die rechte Hand spielt meistens mit den fünf Tönen CDEFG, aber in der dritten Seile kommt auch der Ton A vor. Dazu brauchen wir einen neuen Fingersatz. Doch hört selbst. Ladet euch die Noten herunter und kommt zum Mitspielen. So gerne. Bei dir schon mal Coronavirus. Vielen Dank.